Musik Erkläre ich Sie hier mit Kraft meines Amtes zu Mann und Frau. Und jetzt die Ehevorhersage. In den nächsten Monaten noch heiter und niederschlagsfrei, harmonische Frühstücksszenen mit reichlich trockenem Humor, gehen am Vormittag in stürmische Verabschiedungen über. Am Abend kräftige Bratkartoffeln mit anschließend schwülfeuchten Entladungen im Bereich des Schlafzimmers. Die weiteren Aussichten nach heftigen Porzellanschauern im Bereich der Küche. Zunächst wieder einige Aufheiterungen beim gemeinsamen Fernsehen. Später dann heftiger Ehebruch mit anschließenden starken Niederschlägen. Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt. Die Vorhersage für die nächsten drei Jahre. Der Ehemann zieht rasch weiter nach Hamburg, während die Ehefrau nach München abwandert. Zunehmende Aufheiterung nach kräftigen Fönfrisuren mit anschließender Scheidung. Untertitelung nach kräftigen Fönfrisuren mit Schlafzimmer. Vielen Dank.